Der Hightech-Markt, gemessen am Nasdaq-Index, also die Technologiebörse sozusagen, die kann den Hals offensichtlich noch nicht vollkriegen. Tatsächlich, der Kurs marschiert hier weiterhin nach oben und lässt überhaupt kein Auge trocken. Zumindest mal die, die in Feierlaune sind und in Kauflaune. Gibt es irgendwas, was dagegen spricht, dass der Markt weiter nach oben geht? Nein, aktuell gibt es das nicht. Ein bisschen was vielleicht als Hinweis, als Idee, als Mahnung, aber nicht jetzt wirklich, um hier eine Krise heraufzubeschwören. Aber wir haben ja ganz gerne so dieses typische, dieses relativ fünfwellige Verhalten, dann eine A-B-C-Bewegung und dann eben eine Fortsetzung. Und wenn wir uns das genauer mal angucken, dann haben wir auch hier so eine klassische fünfwellige Verhaltensform. Und das würde dafür ein wenig sprechen, dass wir bald ein Ende, ein vorläufiges Ende, keine Sorge, das ist jetzt nicht Drama-Modus, von wegen die Welt bricht zusammen, aber ein nächstes Päuschen hätten. Das ist nichts Außergewöhnliches. Damit müssen wir rechnen. Und interessanterweise, wenn wir uns das noch mal genauer angucken, das ist ja hier das, was wir als Trade des Tages auch angegeben hatten, hier als eine Idee, dass sich sowas hier nach oben eben fortsetzen sollte, idealerweise als dritte Welle. Hier kam offensichtlich noch mal die fünfte. Und wenn wir uns das hier noch mal angucken, auch das hier intern hat zumindest mal so ein bisschen diesen Eindruck. Vorsichtig, nur weil man hier bis fünf zählen kann, heißt das noch nicht, dass der Kurs jetzt automatisch dreht. Das heißt aber, dass die Chancen eben ein bisschen größer werden, dass der Markt eine gewisse Pause mal vor sich hat. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, sähe es so aus, gerne so rücksetzer bis auf das letzte Korrekturniveau, dann hätten wir da sogar die Chance, dass es sich dann im Großen noch mal um die fünfte Welle dann eben handelt. Sprich, eine Eins, eine Zwei, eine Drei, dann das hier, die Vier und dann noch mal die Fünf. Ihr seht, das mit den Fünfwellern, das scheint irgendwie dann doch Programm zu sein. Es sieht ein wenig danach aus. Kann man also jetzt schon shorten? Nein, um Himmels Willen bitte nicht. Der Markt hat überhaupt gar keine Anzeiten, gar nichts, null. Jetzt hier für die Short-Seite. Nur rechnet damit. Bitte seid nicht übertrieben bullisch. Im Sinne von, es kann ja gar nicht mal zurückgehen. Klar, wer Rücksetzer dieser Größenordnung aussitzen kann und möchte, der kann das natürlich tun, wenn er davon ausgeht, dass der Kurs weiter nach oben geht. Das wäre ja denkbar. Aber wer sagt, oh Gott, das ist mir schon zu viel Abwarte und wer weiß denn, ob es von dort nicht dann doch schneller nach unten geht, der sollte natürlich dann ein bisschen enger nachziehen, um einfach da dran zu bleiben. Das mit den fünften Wellen ist übrigens nichts Außergewöhnliches Gold. Da hatte ich am Wochenende ein übergeordnetes Bild zugezeichnet, nämlich mit der Überlegung, dass der Kurs ja auch diesen Fünfweller hier vorne, ich will es jetzt nicht nochmal erklären, guckt euch das Video einfach nochmal an. Aber jetzt geht doch der Kurs nach oben. Ja, dann wackelt er halt noch einmal mehr. Das darf ja auch sein, solange es nicht zu viel geht. Das ist übrigens, wenn man sich das Teilstück hier im Kleinen mal anguckt, hier das, was wir im Vier-Stunden-Chart hier hinten sehen. Guckt euch das mal an. Dann hatten wir wieder eins, zwei, drei, vier, fünf. Nach der fünften Welle gab es eben diese ABC und anschließend das klassische Bild jetzt hier wieder nach oben. Und auch das wiederum verspricht so ein wenig in diese Richtung zu gehen. Eins, zwei, drei, vier und vielleicht jetzt noch die fünf. Wir haben ja sogar hier intern eins, zwei, drei, vier, fünf. Also heute ist das offensichtlich das Thema des Tages. Das ist nicht so Außergewöhnliches, aber hier fällt es halt jetzt besonders mal auf. Und deshalb der Hinweis darauf, dass man solche Sachen angucken kann. Ist das Pflicht, dass der Markt sich so verhält? Nein, ist es natürlich nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich. Und schönerweise bietet das eben relativ gerne gute Chance, Risikoverhältnisse und aber auch je nachdem, auf welcher Ebene man sich dann eben im Zweifelsfall verhält. Selbst wenn der Kurs jetzt doch vielleicht nach unten weg geht. Das kann ja immer passieren. Die Chance aber einen Stopp nachzuzählen. Entweder einen kleinen Gewinn zu machen oder vielleicht einen etwas größeren Stopp und noch die Chance draufenzulassen. Das kann man sich dann selber ein bisschen aussuchen, ob man eher enger stoppt, um viel abzusichern. Oder ob man lieber etwas weiter stoppt, um eben die Chance eben offen zu halten. Aber ihr seht schon, es geht gar nicht darum, ist der jetzt besser, ist jener besser. All diese Verfahrensweisen und dafür schreit oder danach schreit eigentlich dieses Verhalten und bietet sinnvoll nachvollziehbare Trades mit einer relativ guten Chance, da heil oder sogar eben im Gewinn rauszukommen aus der Geschichte. So, also ihr seht, das sind Sachen, die wir uns jetzt angucken. Bei Gold der Tenor aber eher auf der Abwehrseite. Vielleicht geht es da vorher nochmal nach oben. Das werden wir nochmal sehen. Natürlich genau das Gleiche beim Nasdaq. Achtet selber ein bisschen drauf, wenn ihr nicht alleine euch das angucken wollt, wenn ihr da Unterstützung wollt, meldet euch an für den Trade des Tages. Dort geben wir immer wieder Situationen raus, wo wir sagen, hier sind jetzt unsere Einstiegsmarken, da machen wir das, wenn dieses oder jenes passiert. Mit klaren Anweisungen, wie wir das machen, das müsst ihr nicht so umsetzen, aber einfach, dass man das so ein bisschen besser nachvollziehen kann. Wer auch mal Updates innerhalb eines Tages auf seinem Smartphone haben will, meldet sich einfach bei Born4Trading an und hat dann die Möglichkeit, das dann noch enger mitzuverfolgen, wenn sich da ein bisschen was tut. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, ganz, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.